Gegen die ungarische Buchhandelskette Lira ist eine Rekordstrafe verhängt worden, weil die Läden Kinderbücher mit homosexuellem Inhalt nicht, wie vorgeschrieben, in Plastikfolie gehüllt verkauft hatte. Die Geldbuße in Höhe von umgerechnet 32.000 Euro ist einmalig in der Geschichte des ungarischen Buchhandels. Bei dem Buch handelt es sich um den Comic Hardstopper von Alice Oseman, der die Liebesgeschichte zweier Jungen thematisiert. Nach Überzeugung des kreativdirektors von Lira ist das sogenannte Kinderschutzgesetz nicht eindeutig formuliert, für einzelhändler sei sinnlos das Gesetz zu respektieren. Der kreativdirektor kündigte an, dass die Lira-Kette alle ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel gegen die Entscheidung einsetzen werde.